Beim X stellt man sich am besten vor, man halte einen Stift in der Hand und male ein X auf eine Tafel. Dazu macht man zügig die beiden sich kreuzenden Linien übereinander, ohne eine Pause dazwischen. Wichtig ist der Stopp am Ende. In welcher Richtung die Linien gemacht werden, ist hierbei egal. Sollte eine Variante bei Ihnen nicht funktionieren, empfehlen wir von links oben nach rechts unten und anschließend von rechts oben nach links unten. Genau.